Ich darf alle sehr herzlich begrüßen, alle Zuhörer heute zur Lunchtime Lecture der New Design University und ganz besonders unseren heutigen Gast, den finnischen Architekten und Filmemacher Tapio Snellmann aus London. Mein Name ist Christine Schweiger, ich leite den Master Innenarchitektur und Visuelle Kommunikation und freue mich sehr, dass Tapio Snellmann schon seit einigen Jahren regelmäßig Workshops im Master abhält und so unsere Studierenden auch das Erzählen mit bewegten Bild näher bringt und sie dafür begeistert. Nach dem Architekturstudium in Stuttgart und London hat sich Tapio Snellmann während seines Aufenthalts in Japan mit dem Filmemachen beschäftigt und damit begonnen. Später hat er für Architekten, unter anderem für Sahadit, Herzog de Molen, animierte Visualisierungen erstellt, wie das alles erst begann. Aber inzwischen arbeitet er weltweit als Freelance Film Director mit besonderem Interesse für den Stadtraum und für die gebaute Umwelt, also für die Architektur und für den Kontext. Sein Werk wird regelmäßig international ausgestellt, unter anderem im Victorian Albert Museum, in der Tate Modern in London, im Guggenheim Museum und in MoMA in New York, sowie regelmäßig auf den Architekturbiennalen in Venedig, wie zum Beispiel auch dieses Jahr und wir hoffen, findet statt. Ja, es gibt jetzt, bevor wir das Wort an Tapio Snellmann übergeben, muss ich noch einen rechtlichen Hinweis anmerken. Also diese Landstern Lecture wird aufgenommen, aufgezeichnet und das Video wird dann demnächst auf der NDU-Webseite online gestellt und zum Download, zum Nachschauen aufbereitet. Der Vortrag wird so circa 40 Minuten dauern und es gibt Fragemöglichkeiten. Also Sie können schon während dem Vortrag in die Question & Answer Chat Fragen stellen. Ich werde diese nach dem Vortrag dann vorlesen und in ein Gespräch mit Tapio Snellmann eintreten. Ja, das Lunchtime Lecture Format ist durchaus sehr erfolgreich und wir haben beim letzten Mal 200 Zuhörer gehabt. Also fühlen Sie sich nicht ganz allein beim Zuhören, sondern in einer großen Gesellschaft. Und ich freue mich jetzt, das Wort an Tapio weiterzugeben und ihn hier im virtuellen Lecture Raum zu begrüßen. Vielen Dank, Christine. Vielen Dank für die Einführung und vielen Dank an die NDU für das Einladen. Sehr aufregend, jetzt diese Rede zu halten, weil ich dann diese Zuhörer nur vorstellen muss. Diese Vorlesung ist doppelt experimentell. Erstens werde ich durch das bewegte Bild versuchen, meine Ideen und Interessen zu kommunizieren. Und zweitens passiert das noch alles virtuell durch den Bildschirm statt in einem Projektionsraum oder Kino oder so weiter. Ich entschuldige mich bei denen, die vielleicht nicht keine besonders gute Internetverbindung haben, falls das Bild ruckelt oder nicht ganz glatt läuft. Und ich freue mich nachher auf Feedback, wie das gelaufen ist, weil es eben etwas experimentell ist. Also meine Muttersprache ist das bewegte Bild und daher ist es für mich etwas fremd, auf dem Bild dann zu kommentieren und zu sprechen. Besonders, weil ich immer den Studenten das nicht zulasse, wenn sie ihre Filme vorstellen dürfen, die dazu keine Aussagen machen, sondern der Film muss selber die Aussage haben. Aber bei mir ist es jetzt anders, weil es gibt mir die Möglichkeit, dann zu erklären, was mir in dem Zusammenhang wichtig ist. Mein Thema bezieht sich also auf das Erhalten von Bestand und der Architektur. Der Hintergrund dazu ist, dass ich jahrelang, wie gesagt, Fehlende und Animationen erzeugt habe, die sich mit ikonischen Neubauten beschäftigt haben. Und dabei persönlich war ich immer mehr interessiert in dem Kontext von Architektur als in den Bauten als Objekte. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich dann Filmemacher geworden bin, statt Gebäude zu entwerfen als Architekt. Also anhand von zehn Filmbeispielen, Teilen von kleinen Filmen, versuche ich meine Faszination mit der Neubelebung von alten Bauten und Städten zu beschreiben. Dabei ist für mich die Nachhaltigkeit nicht nur im Sinne von Umweltbewusstsein wichtig, sondern besonders im Sinne von Kultur. Weil Neubauten überall auf der Welt sind zunehmend ähnlich und beziehen sich oft wenig auf die Lokalität. Und bei Abreißen wird oft Geschichte und Kultur verschwinden. Andererseits wird bei Umbau die Geschichte gestreckt. Kulturelle Nachhaltigkeit, wie gesagt, bedeutet für mich, dass jedes Bauprojekt mit dem Bestand anfangen sollte. Und nur wenn man sichergestellt hat, dass der Bestand nicht benutzbar ist, sollte Abreißen erlaubt sein. Also ganz spielerisch, die sich mit dem After Effects oder der Premiere, Adobe Premiere, gearbeitet haben, kennen sich vielleicht aus. Also ganz spielerisch, das heißt Time Remapping auf Deutsch heißt dieses Wort Time Remapping, Zeitverserven. Und das ist die Methode innerhalb von einem Filmklick, die Zeitkurve so zu manipulieren, dass Teile verlangsamen und andere sich beschleunigen. Und hier ist ein Beispiel dafür. Und so ist es eigentlich mit Filmen machen überhaupt. Jetzt läuft dieses Video nicht platt, deswegen sieht es nicht so wie gemeint aus. Und so ist es eigentlich mit Filmen machen überhaupt, dass man die Zeit manipuliert. Man könnte auch sagen, dass das Umbauen von einem bestehenden oder historischen Gebäude auch eine Art Zeitverschern ist, da in der Umbauzeit zum Beispiel die Gesamtgeschichte von einem Gebäude beeinflusst wird. Das erste Projekt, mein erster Beispiel ist für mich ein ganz toller Beispiel dafür, wie man ein erfolgreiches Gebäude mit ganz neuen Nutzungen entwerfen kann, ohne Bestand zu zerstören. Amos Rex ist ein Projekt von dem Architekten JKMM in meiner Heimatstadt Helsinki und wurde vor zwei Jahren eröffnet. In dem Projekt wurde ein neues Museum unter einer 30er-Jahre Busbahnhof und Kinogebäude begraben. Gleichzeitig ist ein neuer städtischer Platz entstanden und die Lichtrichter herum, die die unterirdischen Galerien beleuchtet sind dann belebt von städtischen Benutzungen. Und dabei ist ein fast unbenutzter Ort einer beliebtesten öffentlichen Räume der Stadt Helsinki geworden. Der hat auch den Preis von dem besten Museum weltweit letztes Jahr gewonnen. Und dann sieht man, wie dieses alte Busbahnhof von den 30er-Jahren modernistischer Bau dann diese Lichteingänge sozusagen entramen. Und gleichzeitig wurde auch dieser 30er-Jahre Kino restauriert, sodass es genauso ausschaut, wie es gemeint war in den 30er-Jahren. Und wie gesagt, wird dieser neue städtische Raum dann total von den Einwohnern der Stadt umarmt und benutzt. Und obwohl die geometrischen Formen ziemlich gefährlich sind, lassen sich die Eltern, die Kinder, überall drauf klettern. Und... Und sogar diese Neon-Schilder sind genauso wiederhergestellt, wie sie in den 30er-Jahren erst mal entworfen worden sind. Was ziemlich ungewöhnlicher Blick gibt. Das zweite Film dokumentiert Gebäude von der sozialistischen Zeit in Rumänien. Ich fand Ruinen von zerkommenden politischen Systemen immer schon spannend. Und die Frage, wie man mit den Narben umgeht, ist, finde ich, sehr faszinierend. In Bukarest habe ich mit einer rumänischen Freundin, Joanna Marinescu, die sich in ihrer Doktorarbeit mit der Diktatur von Ceausescu zerstörten Stadtteilen beschäftigt, mit der Drohne dann solche Bauten erkundet. Teilweise auch Bauten, wo man gar nicht drankommt, außer wenn man... wenn man eine Drohne benutzt. Interessant ist es, finde ich, zu überlegen, ob der Palast von dem Diktator, der jetzt als Parlament benutzt wird, als Symbol für die demokratische Gesellschaft funktionieren kann. Es tut mir leid, ich muss kurz mal die Präsentation abschalten und wieder anschalten, weil da irgendwie... weil das Licht glatt läuft. Ganz zum Schluss nach der Präsentation. Okay. Okay, ich glaube, das läuft jetzt besser. Tut mir leid. Okay, hoffentlich haben wir keine Probleme mehr. Tut mir leid, das ist... Das Problem gerade. Also wie im Hintergrund, in der Mitte sieht man dieses gewaltige Palast von dem Diktator Ceausescu, der sozusagen berühmt ist als das zweitgrößte Gebäude der Welt. Und die interessante Frage ist, ob es möglich ist, wie passiert ist, dass dieses Gebäude dann als Parlament für ein demokratisches Land dann funktioniert, obwohl es ursprünglich als Zentrum für eine mächtige Diktator gebaut wurde. Das sind so Sachen, die mich total interessieren, wie man mit Pauten umgeht, auch mit der gewaltigen Vorstädten von sozialistischen Wohnungsbau, wo überall in Osteuropa immer noch Hunderte von Millionen in solchen Wohnen wohnen. Wie man die dann verbessert, ohne zerstören zu müssen. Und genauso habe ich eine totale Faszination an solchen Industrieanlagen, die eine ganz besondere Ästhetik haben, wie man mit dieser Legacy umgeht. Auch ohne die zerstören zu müssen. Jedes Mal, wenn ich so einen Cooling Tower, also so einen Kühlturm, oder wie darf dort scheißen, gesprengt sehe, macht es mir weh, weil es sind so schöne Objekte. Man überreicht immer noch, ob es nicht immer eine Möglichkeit gibt, mit denen was anders zu machen, wenn die Industrie nicht mehr funktioniert. Der dritte Film ist von Detroit in den USA. Also nicht nur Diktatoren lassen unbenutzte Bauten hinter. Und ich finde es erstaunlich, dass in einer Welt, wo ganze Großstädte aus dem Boden gestampft werden, zum Beispiel in China und sonst wo in Asien, andere Städte wie Detroit dann leer stehen und keine neue Funktionen finden. Aus diesem Interesse bin ich mit meiner Kamera nach Detroit gefahren. Und was interessant ist, dass diese Industriestadt zwischen den zwei Weltkriegen wahrscheinlich die reichste Stadt der Welt war. Und nachdem dann die Autoindustrie nicht mehr dort stattfand und so weiter, kamen viele soziale Probleme und die Stadt ist fast sozusagen aufgehört zu existieren. Eine Million weniger Leute haben dort gewohnt als davor. Und diese ganzen Bilder, also die ganzen Gebäude, die Sie sehen auf dem Bild, stehen eigentlich leer. Und die Straßen sind natürlich leer. Und das lustigerweise ist es ja für uns zurzeit nicht so außerordentlich, leere Städte zu sehen. Aber die Vorstellung, dass in den Häusern auch nichts mehr passiert und dass die ganzen Firmen geschlossen worden sind und dass da teilweise viele Gebäude dann auch zerstört worden sind, abgebaut worden sind, und das ist für mich so eine mysteriöse, aber auch so eine romantische Situation, was mich sehr imponiert hat. Dabei muss man auch sagen, dass Detroit zurzeit einen bescheidenen Comeback erlebt, also es passieren wieder Sachen dort, die vielleicht auch eine neue Zukunft andeuten. Und auch in erfolgreichen Städten sozusagen, wirtschaftlich wie in London, werden Gebäude abgerissen. Im Gegensatz zu Detroit werden zum Beispiel in London zurzeit etwa 500 Hochhäuser geplant oder gebaut. Und ganze Nachbarschaften werden zerstört und abgerissen und ersetzt mit diesen Wohnzimmern. Und ein Beispiel dafür ist diese Wohnsicherung Robin Hood Gardens, die in den 60ern von Alison und Peter Smithson entworfen war. Und der gilt als eine der wichtigsten Wohnsicherungen der Brutalismus, der Ära von Brutalismus. Jahrelang haben Architekten dann überlauchte Weltkampagnen gestartet, um für den Denkmalschutz von dieser Wohnanlage zu kämpfen. Aber eine Art sozialer Niedergang in diesem Estate, bei dieser Wohnanlage hat das dann darauf geführt, dass die Stadt es verkauft hat an privaten Immobiliengesellschaften. Und kurz bevor der Abbau von diesen zwei Gebäuden anfing, habe ich dann das noch filmen können. Das auf der linken Seite hat jetzt eine Verlängerung getötet von zwei Jahren, aber ich habe das auf der rechten Seite assistiert nicht mehr. Und das ist halt auch eine große Frage, ob man wirklich nichts anderes hätte machen können um das wirtschaftlich aufrechnen zu können. Also was ist die Wert von so einem Gebäude, die architektonisch sehr wichtig gewesen ist, aber dann wegen sozialen Umständen dann doch Probleme hatte. und hier sieht man, dass dieser erste Teil abgebrochen wurde. Die Victorian Albert Museum hat interessanterweise einen Teil von diesem Gebäude gekauft und wird dann das hoffentlich nochmal ausstellen, wenn diese Gebäude nicht mehr existieren. auch im kleineren Maßstab gibt es immer die Wahl, ob man ein Gebäude ersetzt oder umbaut. Genauso wertvoll wie eine Stadt zu retten ist es auch kleinere Bauerben sparsam umzugehen. dieses Collagehaus wie es sich nennt ist eine Werkstatt in dem Westen von London der dann umgebaut worden ist in meinen Familien zu Hause von den Marchtexten und Soziologen Jonathan Taki auf der rechten Seite zu sehen war. Oft wenn ich private Wohnhäuser filme wie in diesem Fall das erste Mal als ich hinging hat Jonathan Taki mir einfach die Schlüssel gegeben und ist raus gegangen und hat mir sozusagen für den ganzen Tag das Haus zur Führung gestellt und oft ist man dann alleine in einem Haus den man nicht kennt und versucht dann eine Geschichte zu erzählen wie dieses Haus funktioniert oder was es aussagt und oft muss man dann auf Geister denken die dort vielleicht immer noch wohnen besonders wenn es ein historischer Haus ist was für Leute haben doch dort waren dort tätig und für mich hilft dann diese geister immer imaginäre vorstellungen von leuten die dort mal waren dann eine Geschichte zu erzählen von dem wie man durch dieses Haus sich bewegt in diesem Fall hat meine Assistentin einen Geist gespielt und hat mich dann durch das Haus geführt ein andere bekanntere Beispiel für umgebautes um ein umgebautes Wohnhaus ist das Haus von Richard und Ruth Rogers auch in London in Chelsea Richard Rogers ist also der Architekt von zum Beispiel Pompidou in Paris und Ruth Rogers ist eine der berühmtesten Köche oder Chefs in England und besitzt das River Café und die haben in den 80er Jahren zwei Georgian Terrace Hauses also zwei Reihenhäuser gekauft und zusammengeschmolzen und entkernt von innen und einen gewaltigen Innenraum geschafft und dieses dieser Film ist eine von einer Serie von mehreren Filmen die sich mit mit dem Verhältnis von Hausagentümern zu ihren Häusern befasst und ich lasse das laufen das ist zwei Minuten lang das ist das es quiet und meditativ oder es kann wie ein piazza Wir haben viele Freunde und Kinder kommen hier und es ist eine große Herausforderung für die 5-Jährigen, 6-Jährigen, 7-Jährigen. Das ist ein Humor ist, dass wir die Planung für Missionen haben, es sagt, dass Sie nicht die Pfeifen auf der Osten, was Sie wollen. Ich denke, das Spiel muss gut für 1 und gut für 50. Wir haben eine 7-Jährige Party hier, das wahrscheinlich bringt 300 Menschen. Wir sehen, dass es keine Extraction ist. Wenn wir Extraction wollen, wir öffnen. Ich habe diese Kiste und Designed das Kiste, bevor ich war Chef. Wir haben immer in der ÖPN-Plan. Meine Mutter hat immer in der ÖPN-Plan. Ich habe auch in der ÖPN-Plan gemacht. Ich habe dann die Songs. Ich habe die ÖPN-Plan gemacht. Es ist das ÖPN-Plan, es ist die ÖPN-Plan. Es ist die ÖPN-Plan. Es kann man hier sehen, dass die Pannung, es ist der ÖPN-Plan. Es ist das Schlafstück. Man hat dort eine ÖPN-Plan. Es ist das ÖPN-Plan-Plan hier. Ich verstehe das ÖPN-Plan hier. So I am a big fan of the Wilderness Foundation. Children drawing here, cooking there, people discussing a project over there, so it's quite lively and fun. That's for others to say whether we would have been able to do this now, what we did in 1983. The beach about this place is that you actually have light on every single side. So east, west, south, north and also dieser film wurde im auftrage geben von von dem modernhaus das ist seine website brauchen immobilien immobilien firma in wandern die sich besonders mit architektonisch interessanten gebäuden sich fast mal was ganz anders ist dass ich immer denke dass sowohl video kunst als auch performance kunst immer spannender ist wenn es ort spezifisch ausgeführt wird also stadt in galle zum beispiel kunstausstellungen in galerien oder oder tanz aufführungen im theater finde ich es spannender wenn das in einem ganz spezifischen raum dessen oft sonst nicht benutzt wird dann stattfindet und beides kam dann zu zusammen sowohl video projektion als tanz bei diesem ungewöhnlichen projekt mit dem deutschen choreographen sascha waltz mit dem ich mehrmals zusammengearbeitet habe und zwar geht es um meine ein altes stadt palais in kolkata in indien der ein bisschen wie wie detroit in seiner ära einer der wichtigsten und erfolgreichsten städte war aber dann später total gekommen war und die sascha waltz die produziert hat ihre hauptwerke so auf große nationalen bühnen aber im nebendran hat sie immer diese serie diese dialogen nennt durchgeführt wo sie eben mit mit bestimmten architektonischen räumen sich befasst konnte unser experimentell mit ihren tänzern dann diese diese räume betätigt und zum beispiel in dem fall habe ich mehrere projektionen zu den aus der brücke zwischen gebäude und tanz erstellt dieser hier war zum beispiel dann in einem raum wo man nur durch diese fenster die projektion gesehen hat und 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 dann habe ich aus alten den bengalischen filmen teile geschnitten die ich dann in diesen alten räumen projiziert habe und und dann ist die integrierten dieser tanz mit dem bild und mit dem gebäude in einer etwas unkontrollierbaren weise aber es war ein ganz tolles projekt drei wochen alles ist in drei wochen passiert von entwurf bis zur aufführung und die und zum beispiel dieses bett wenn man auf dieses bild zieht hatte noch bettwäsche drauf aber keine war 50 jahre lang auf dem bett geschlafen und dann habe ich dann in der umgebung auf der straße außerhalb von dem palast habe ich dann leute auf der straße fotografiert und diese diese forträts von den leuten dann projiziert auf diese von schimmel und feuchtigkeit zerstörten alten gemälde und das war spannend auch in der hinsicht weil in kolkata gut gibt es wenige leute die sich früher mit mit modernen oder radikalen tanz sich beschäftigt haben und dann das sehen auch in seinem historischen ort so vorzustellen war ziemlich einer ereignis und was für mich wichtig war dass man dass ich auch wenn wir eine connection gemacht haben von von diesem gebäude auf die straße und hat dann auf der gegenüber liegenden straßenseite ein teil von diesem tanz dann projiziert so dass das ist dann mehr für die für die weitere stadtteil aus dann spürbar ist was in diesem haus eventuell passiert auch in diesem projekt habe ich mit tänzen gearbeitet das ist mein film für die park avenue armory und zwar die park avenue armory ist steht auf der park avenue in new york sind historische gebäude der der traditionelle der militär hauptsitz von new york city gewesen ist und am berühmtest der besonders als kulturzentrum der verschiedenste vorführungen ausstellungen vorlesen konzerte und so weiter finden dort statt und auch ein teil von diesem gebäude ist der größte in man hat und wird deswegen für ganz unwahrscheinliche vorführungen und uns geeignisse benutzt und ich wurde dieser film wurde ich wurde beauftragt diesen film zu machen aus fundraising um geld zusammen für die restaurierung von diesem gebäude der den teilweise im letzten zustand war und zwar ist es wird es von herzog und dem raum in der schweiz restauriert und hier sieht man auch die tanzer die ich dann benutzt habe um diese räume dann sozusagen durchzuzeichnen wie ich das versuche zu erklären und den einen maßstab zu geben und was herzog und dem raum und gemacht haben mit dem gebäude ist ganz toll also die haben teilweise teilweise erst in einem ruinen zustand gelassen und teilweise dann neue lege ist dann drauf gedruckt auf diese oberflächen die digital dann erstellt wurden haben dann auch neue 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 elemente entworfen die dann mit diesem mit diesem alten bausubstanz mehr oder weniger zusammen funktionieren und ist ein sehr lange projekt weil das wirklich mit einer zahnbürste erst mal das auch gesaubert werden muss und hier habe ich dann zusammen diese verschiedenen programme die dort vor vorkommen versuchten zusammen zu stellen so dass man sein gefühl bekommt für die vielfalt an programmen was aber ganz besonders toll an diesem gebäude ist ist das außerhalb diesen enormen innenraum von der drill hole ist die die militärregierung von der stadt new york immer noch in dem gebäude mit dieser kunst kunsteigenschaften und noch interessanter und radikaler ist dass das dort auch im obersten geschoss ein obdachlose heim ist für frauen und dann auf dem treppenhaus kommen zusammen zum beispiel so desert storm kommando angezogene offiziere von der us marines mit mit dann so appell ist kultur leuten und und obdachlose drogensüchtige frauen die dann und das findet ganz toll wenn sowas passiert und wenn es auch noch irgendwie funktioniert natürlich gibt es immer in meinem konflikt aber aber es gibt dann gibt es auch eine möglichkeit dann leute neu zu integrieren für eine ausstellung der auch in wien gezeigt wurde übrigens habe ich das werk von dem brasilianischen architekten lina bubardi gefilmt und der lina bubardi war besonders in san paulo täglich sie war ursprünglich aus italien und und in diesem gebäude der in einem alten fabrik gebaut wird sieht man die verschiedenen funktionen auch wie bei der park avenue armory dass viele verschiedene programme zusammenkommen und zwar ist es dieses pompeia und sex ist seine privat finanzierte soziale struktur ganz besonders für brasilien wo verschiedene kultur und soziale funktionen zusammenkommen und was was ich bei diesem gebäude ganz besonders finde ist dass auch für die architekten dass die die programme oder das wird die nutzung von dem gebäude oder von dort gruppen von gebäuden wichtiger war als als die architektur an sich und dass das ist ziemlich viele so offene fragen stellt also das alles nicht gelöst war bedenkt sondern die die nutzer konnten dann noch ein effekt haben für die bild ist wie diese architektur dann benutzt werden würde und dieses beton polos hat dann die ganzen verschiedenen sporthallen aufeinander gestellt inklusive ein schwimmbad und auf der anderen seite sind dann durch diese betonbrücken sind dann die umkreide räume und so weiter also eine ganz tolle steckt und die mit mit dem bestand sehr interessant und umgegangen ist und last but not least ist eine sehr unwahrscheinliche denkmal schutz projekt und zwar das ist in in einem vorstadt von von so der hauptstadt von südkorea also in den 50ern und danach sind ganz viele leute dann eigentlich eine andere nach so von dem land gezogen und haben sich ein bisschen wie man ist von aus brasilien kennt also fabellas oder so informelle siedlungen gebaut auf dem steilen hängen von dem hügel die die stadt umkreisen und als südkorea dann dann reicher wurde und industrialisierung passierte sind dann die meisten von diesen südkorea ersetzt waren mit hochhäusern und und so offiziellen wohnanlagen und nur sehr wenige sind dann übrig geblieben und interessanterweise hat der stadtarchitekt dann gemerkt dass es nur nur wirklich nur eine von diesen montans oder oder dürfen dann noch übrig geblieben ist und entschieden dass man das eigentlich schützen sollte dass es nicht zerstört worden sollte das wahrscheinlich der erste slum in der welt die dann sozusagen künstlich dann gerettet wird aber dann hat er auch dann ein architektur wettbewerb erstellt wo architekten dann gefragt wurden für lösungen wie das dann auch nachhaltig wirtschaftlich auch funktionieren könnte und wie man die was man davon lernen kann von dieser ästhetik von diesen hütteln die aus verschiedenen materialien gebaut und wie man das zurzeit zu wohnen wird sind viele von diesen hüten noch leer und es waren hauptsächlich alte leute in diesem stadtteil der die dann das ziemlich schwierig finden mit diesen steilen hängen und ich wollte dass dieses als ich diese geschichte gehört habe was ich das unbedingt dokumentieren bevor das entweder zerstört wird oder ersetzt wird mit einer neuen version oder einer mehr kontrollierten version von diesem dorf und wie viele von meinen projekten auch manche die ich jetzt gezeigt habe die sind eigentlich nebenan entschieden entstanden also auch in korea hatte ich dann einen kommerziellen film den ich dann dort gedreht habe der bezahlt wurde und so nebenan habe ich dann habe ich immer vor dann das was mir persönlich wichtig ist dann zu dokumentieren und viele von diesen filmen und materialen sachen die ich dann produziere bleiben dann leider in der untersten schublade sozusagen und werden dann auch dann nichts mit nicht gezeigt weil ich nicht weiß wie man das dann weiterführt aber desto schöner ist es jetzt gewesen das mit euch teilen zu können und damit bedanke ich mich vielen dank tapio für diesen sehr aufschlussreichen inspirierten vortrag ich sehe dass das ein dass du einen dialog mit orten führst der stimmungen details aber auch ein überblick über den drohnen einsatz bietet und somit ein sehr also hervorragende möglichkeit orte zu erzählen bietet und es ist sicher eine sehr ein gutes tool also dass man sich als architekt auch aneignen sollte schon allein um einen ort zu genau zu untersuchen und ja es sind schon einige fragen herein gekommen aber ich sehe dass ich eine frage vielleicht vorweg stellen könnte ist wie du sagst du hast jetzt die schublade mit uns geteilt und also eine der fragen ist auch wie entstehen deine projekte wie kommst du dazu wie kommst du quasi zu zu aufträgen oder auch zu selbst initiierten projekten also wie ist da deine mischung an herangehensweise an projekte oder wie entstehen die projekte das ist eine komplexe frage also ursprünglich habe ich dann sehr viele kontakte mal gemacht in der architektur weil ich dann durch meine firmen damalige firma neutral mit mit mein business partner damals christian grue haben wir ganz ganz viel mit architekten so präsentationsarbeiten gemacht sowohl animationen als auch filme für ausstellungen und so weiter sowohl im künstlerischen zusammenhang also auch als auch sehr kommerziell und da kommen sehr viele kontakte von der architektur welt nicht nur in england sondern überall auf der welt dann zusammen und daher ist dann in der irgendwie in der bauwelt also nicht nur mit architekten sondern auch developers und und kunstinstitution unterschiedliche sachen passiert also teilweise sind es auch kuratoren die mit 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 mir dann arbeiten wollen manchmal sind das dann firmen die sich dann selber promoten wollen und sehr sehr unterschiedlich und und wie gesagt dann viele viele von den projekten sind auch selbst initiiert dass ich dann versucht habe geld zu bekommen für für ideen die ich habe und manchmal erfolgreich manchmal nicht so erfolgreich es gibt auch eine weitere frage eine technische frage technisch inhaltliche also gibt es einen bestimmten beweggrund das projekt rsr also ich vermute ist das rumänien projekt also bucharest mit der infrarot kammer zu filmen das war nicht infrarot das ist einfach so ein post effect leider aber ich wollte damit nicht nur dass es cool ausschaut aber dass damit sagen dass man das sehen wie analytische und so nicht als realität anschaut sondern eher so versucht zu wie eine extra wie ein röntgenbild dann dass man das so wissenschaftlich dann das hat da hat da ein ein einfluss wie man das bild anschaut und wie man das versteht und und das wollte ich dass es dann absachiert wird und unter deswegen auch genauer angeschaut wird eine weitere frage wie finanzieren sich projekte wie zum beispiel das kalkutta projekt gibt es dafür kunst etats oder sind es öffentliche gelder das wäre sehr unterschiedlich also manchmal ist es tatsächlich dass ich dasselbe finanziere von dem geld zu den ich dann kommerziell verdiene und manchmal wie diese kalkutta projekt war war ganz toll finanziert vom goethe institut bezahlt also alles war bezahlt von einer institution und dann zum beispiel die diese ausstellung über lina bubardi die dann in zwölf verschiedenen städten überall auf der welt gezeigt wurde die arbeit wurde dann finanziert von einem sponsor in dem fall eine möbel für italienische möbel für firma arper und ist dann dann kommerziell gesponsert worden aber ist dann doch eine freie kreative ereignis also diese möbelfirma arper hat auch den berühmtesten stuhl von lina bubardi also eines von ihren möbelstücken produziert der bolcher den ihr seht hier mit dem lammfeld drinnen genau das ist ein metallgestell das eben eine leder tapezierte form drauf hat und diese diese bowl oben kann man eben in verschiedene positionen drehen und somit auch die sitzposition verändern und dieser stuhl wurde eben wieder neu aufgelegt von der firma arper und im zuge dieser neuauflage des limitierten den limitierten möbelserie ist diese ausstellung dazu produziert worden und die war im azw zu sehen so haben wir uns auch kennengelernt so habe ich tapio snellmann auch das erste mal getroffen und wie gesagt diese ausstellung ist ein gutes beispiel also wie stark dass der effekt eines eines bewegten bildes zusammen mit den ausstellungsobjekten also die von madeline riesendorp produziert wurden oder die ausstellungsgestaltung war von madeline riesendorp wie dieses zusammenspiel und der dialog dann eigentlich ein sehr reiche inhaltliche aussage über eine ausstellung produziert hat und das ist tatsächlich interessant dass dass dieser stuhl dann teilweise auch dieses diese neu produzierung von diesem stuhl hat dann auch diese ausstellung und meine mein 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 filme finanziert und aber das wurde alles initiiert von normie blacher der kuratorin von der ausstellung und durch diese der ausstellung hast du mal erzählt hast du auch ziemlich viele teile der welt gesehen weil an all diesen orten bist du natürlich gereist um die ausstellung dann auch mit zu eröffnen und zum beispiel ein nebenprodukt von dieser reiserei zu diesem ganzen ausstellungseröffnungen war dieser detroit film weil wir damals in chicago dieses diese ausstellung also viele von diesen projekten sind auch dann in mir komischerweise dann miteinander gebunden aber jetzt ist ja ich habe da keine strategie also es ist alles ziemlich organisch wie wir projekte kommen und gehen und wie ich meine zeit benutze es gibt noch eine frage waren die gezeigten aufnahmen aufschnitte aus den filmen oder sind das kurz filme gute frage also teilweise sind das also sind alles fast alle sind ausschnitte also ich habe nur einen ganzen film gezeigt von dem rogers haus aber das sind manchmal längere filme und dann gibt es eine kurze version von den filmen und dann habe ich nur noch ein nur ein teil von diesem kurz von der kurzen version gezeigt tapio hat eine linkliste zusammengestellt von den kurzausschnitten die in den filmen also die im vortrag gezeigt worden sind und die werden dann in dem vortrag den aufgezeichneten vortrag der auf die in die homepage hochgeschalten gestellt wird werden die dort integriert also man kann dann die links abrufen und sich die gesamten filmen anschauen ja das sind nicht die die ausschnitte unbedingt sondern das sind die gesamten filmen ja noch eine interessante frage gibt es etwas woran du bis jetzt gescheitert bist das möchte wirklich also ja viele viele sachen die man auch einfach ausprobieren muss und dann wo man merkt dass andere das besser können oder so man lernt immer dazu und muss einfach offen bleiben und glauben dass das dass man besser wird und das das nächste mal besser funktioniert und sind auch teilweise manchmal konzeptionelle sachen die man anfängt und denkt ja das ist eine ganz tolle idee aber wenn man weiterkommt mit der idee dann merkt man dass es eigentlich nicht funktionieren keinen sinn macht oder dass er andere leute das nicht nicht so verstehen wie du das selber verstehst und so ist dann ist sozusagen hat man das gefühl dass man zeit verschwendet hat oder nur für sich selber daran arbeitet und geht geht die arbeit eben in die schublade dann manchmal passiert ist auch das jahre später dann man merkt dass es doch irgendwie das was gemacht hat in einem wert hat oder in einem anderen zusammenhang dann doch funktioniert da schließt eine frage ganz organisch an also welche ziele verfolgst du mit einer arbeit was ist für dich erfolg ja je nach tageszeit und tage der woche ist diese frage von von zielstrebigkeit anders also manchmal hat man das gefühl dass man genau das macht was man gerne macht manchmal möchte ich möchte man in ganz anderen umfeld oder situation arbeiten und dann dann kann man das nicht unbedingt also ja ich finde es schwierig zu sagen also ich habe ich habe mich bin ich nicht so eine person es hat sehr viel mit der persönlichkeit zu tun bin ich eine person die sehr zielstrebig eine ein konzept oder eine strategie hat wie wie meine professionelle mein professionelles leben sich irgendwie ändern sollte also sondern es kommt immer eine eine gedanke der sich dann irgendwie irgendwo anders führt und und dann kommt passiert was danach aber nein ich bin nicht jemand der der weiß wo ich dann in zehn jahren sein werde besonders jetzt sind wir glaube ich alle in sein bisschen zu einer krise wenn wir zu hause sitzen und zum beispiel die ganzen projekte die ich vorhatte dieses jahr sind alle erst mal gecancelt oder delayed also wir wissen nicht was passieren soll und das ist glaube ich obwohl es weh tut ist es dann schließlich ein gutes erlebnis sowas diese zeit zu haben wo man nicht weiß was zunächst passiert passieren wird und vielleicht vielleicht kommt man dann auf kreative neue gedanken dadurch dass es nicht so einfach ist es bringt mich auch noch zu einer frage ja du erlebst ja die aktuelle situation in einem ganz anderen kontext du erlebst es jetzt gerade in london und könntest du uns auch ein bisschen ein stimmungsbild geben wie das für für dich ganz persönlich oder auch für die kulturschaffenden kreativen architekten mit denen du dich austauscht also wie die situation wahrgenommen wird ja erstmal fand ich es wie ein traum eigentlich dass diese dieses dass alles zum stillstand kommt und ich diese stadt die immer so hektisch und dreckig und laut ist dann aber total total die ruft ist rein und das kennt ihr auch aus anderen städten aber mit der zeit ist es wird es dann schon frustrierend in bestimmung und hat man auch das gefühl dass die die engländer haben ja seine seine opposition mit der civil liberties idee dass man man macht das was man auch wie die amerikaner anders wie in den meisten europäischen ländern dass man ganz starkes gefühl hat dafür dass man die freiheit haben muss selber zu entscheiden wie man sich behält und für viele engländer ist es deswegen unmöglich seine situation wo es so regeln gibt wie man man ausgehen darf und wie man sich verhalten muss und deswegen ist es hier die die situation mit mit dem virus schlimmer als sonst wo in europa hat viel mit dieser kultur zu tun dass das nicht nicht so benimmt wie wie man sich benehmen sollte und das das hat ja auch was kreatives und schönes an sich bei in dem in diesem moment ist es tragisch weil es die der kosten so hoch sind ja so persönlich ja habe ich eben nicht nur wegen diesem diesem vortrag was auch sonst in meine schublade geschaut und habe mich mit alten älteren projekten beschäftigt auch sachen die ich nie richtig fertiggestellt habe und dann habt auch für die zukunft irgendwie sachen geplant die die ich nicht weiß was das ich finde das sind sehr gute schlussworte ich habe jetzt so alle fragen durch und habe jetzt hier noch vielleicht auch noch eine ein schönes schlusswort von einer die zugehört hat von einer kollegin sie bedankt sich für die imaginäre weltreise die durch mit uns hier gemacht dass das war ein ausflug in ganz andere welten die wir hoffentlich auch wieder bald besuchen können und ja bedanke mich für den vortrag und darf jetzt auch den nächsten vortrag nächste woche ankündigen und zwar am 14 fünften werden wir maria kellucci zu gast haben eine lederexpertin und die aktuell jetzt auch gerade an der ndu informen werkstätte unterrichtet und wird moderiert von florian sammer und wir freuen uns wieder auf rege teilnahme und weisen sie auch darauf hin dass sie die aufgezeichneten vorträge dann in kürze auch auf der ndu webseite nachhören können vielen dank noch mal tapio bis bald wieder an der ndu und hoffentlich nächstes jahr dann wieder live im workshop im verkaufen Vielen Dank.